Willkommen zu einem neues Video, das zeige ich euch vom 4. Advents an der Geschenke. Die Geschenkeliste ist diesmal von Notorix. Wir werden auch später noch CityBull streamen, also CityBull kommt ja heute auf 16 Uhr. Ich versuche ab 16 Uhr, das kann ja auch ein bisschen später werden. Könnt ihr gerne reinschauen, man sieht sich. Dann beginnen wir mal. X62, X62. X62, okay, dass ich auch direkt hinfliegen kann. 173, minus 11. Bei 1,14. Bei 1,14. 1,14. 1,14. Ja. 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 54. 54. Ja. 25,6. 25,6. 25,6. Ja. 15,6. 25,4. 25,6. Du kannst mir auch drücken. 24,6. Hier bin ich gleich mit diesem Luft. 1, 2, 6. 60 Minus 5564 86 86 87 88 86 87 das sieht mir auch mal die profis 3,987 1,200 bei minus 10, 173, da habe ich mich vergessen dahin zu fliegen. Und jetzt nicht das minus 64, minus 75. Ich habe die letzten beiden irgendwie übersprungen. Die letzten drei. Ja, wenn es passieren, dass das gefallen hat, lasst doch ein Like oder ein Abo da. Bis dann, mein 70, schau. Ja. Ja.